Was ist wichtig, dass wir jemanden im Gemeinrat haben, der tatsächlich etwas von Finanzen versteht. Denn unsere Finanzen stehen nicht gut. Unsere Schulden, die wir haben, die sich auf Corona abschieben, die überhaupt nichts zu tun haben. Das kommt dann nächstes Jahr zum Tragen. Man muss doch jemanden durchschauen können und sagen, so, Frauen und Männer, so geht's. Schaut, wie wir das und das zurückhalten können aus diesem und diesem Grund. Und das könnt ihr Thomas aus dem FF. So wie ich Thomas Fuchs kenne, hat er für seine Wähler ein offenes Ort. Er geht darauf ein, er macht, was Leute sagen, Leute hier und ich. Und das ist das, was wir brauchen zu bauen. Thomas Fuchs bringt einen vollen Rucksack mit. Einen tiefen Rucksack mit vielen Erfahrungen, vor allem mit politischen Themen. Zudem vertritt er die bürgerlichen Interessen. Und jetzt momentan zu wenig vorhanden sind.